Willkommen zu einem kleinen Informationsvideo, was Assassin's Creed Brotherhood betrifft. Die Parts 65 bis 69 haben keine Stimme. Also, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Sound, also der Spielsound ist ganz normal da, aber ich bin komplett nicht zu hören. Da ich verstehen kann, dass die Leute sich diese Videos nicht angucken möchten, weil es halt einfach nur sozusagen Walkthrough-Videos sind, die auch relativ langweilig sind, dazu komme ich gleich noch, erkläre ich kurz, was ich in diesen Parts gemacht habe. Und ich werde zwar die anderen Parts auch hochladen, die ohne Sound halt, also die ohne Stimme, aber das hier ist eine kurze Zusammenfassung für die Leute, die sich das nicht angucken möchten. Erstens, ich habe festgestellt, dass wir fast am Ende des Spiels sind. Wir sind bei Sequenz 7 von 9 und deswegen werde ich, beziehungsweise habe ich, vor, die ganzen Renovierungen zu machen. Ich habe vor, die ganzen, äh, Leonardos Waffen zu machen und die ganzen Romulus-Gräber. Und zwar bevor ich weitermache mit den Hauptmissionen. Ähm, des Weiteren habe ich ein paar Assassinen-Aufträge wieder gemacht. Halt, das heißt, ähm, ich meine, ich habe Assassinen weggeschickt und gewonnen. Und was, Indy was, bla bla bla. Ähm, was habe ich noch getan? Ich habe mehrere Sachen renoviert in den Videos, äh, die stumm sind. Und ich habe vor allen Dingen eine Leonardos-Maschinen-Aktion gestartet und habe sehr gefailt. Sehr, sehr gefailt. Also ich hab, bin echt verzweifelt da teilweise, weil ich da echt 25.000 Mal verkackt hab und ich weiß nicht was. Also es ist auch ein bisschen langweilig, sich das stumm anzuhören, finde ich. Deswegen, ähm, wer es sich nicht antun möchte, ich kann das sehr gut verstehen. Ähm, also das heißt, ähm, ich habe sehr lange für die Mission gebraucht. Und, ähm, es ging um die Kriegsmaschine von Leonardo und zwar einen Gleiter, einen Fluggleiter, mit dem man Bomben werfen kann. Und, ähm, die Mission haben wir dann nach, ich weiß nicht wie vielen Parts endlich geschafft. Und, äh, ja, ich glaube, dann habe ich auch schon fast aufgehört. Ich habe dann noch ein paar Aussichtstürme mir geholt und habe vor, als nächstes in ein Romulus-Grab zu gehen. Aber wie gesagt, das kommt beim nächsten Mal. Nur das ist halt jetzt, äh, das, was ich in diesen fünf Parts gemacht habe, die leider ohne meine Stimme sind, was mir leid tut. Gut, ich weiß nicht, woran es lag. Ich werde das nächste Mal überprüfen, ob es, äh, richtig läuft oder nicht. Ja, das war es eigentlich auch schon und, äh, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Wie gesagt, die Parts werde ich hochladen, auch wenn sie kein Schwein gucken will. Gut, bis dann. Viel Spaß. Euer Hedi.